Hier am Hungaroring herrscht heute fantastische Stimmung. Gleich starten die 70 Runden beim großen Preis von Ungarn. Das Herz mag in Budapest liegen, aber die Rennseele befindet sich genau hier. Jahrzehnte von F1-Geschichte durchtränken jede Kurve des Hungarorings. Einschließlich des großen Preises 1989, als Nigel Mansell sich von einem Start auf Position 12 zum ultimativen Sieg kämpfte. Auf dem Hungaroring folgt eine herausfordernde Kurve der nächsten. Mit den wenigen Geraden wird sie liebevoll als Go-Kart-Strecke bezeichnet. Die Fahrer müssen den richtigen Rhythmus finden, um das Beste aus der Anlage zu machen. Bei den Autos ist der Abtrieb bei niedriger Geschwindigkeit vorrangig. Der Renntag ist da und damit werden wir in Kürze wieder Rad-an-Rad-Duelle zwischen diesen Fahrern sehen. Moin sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum FNZ-Manager 2024. Wir sind in Ungarn. Ob es Punkte gibt, wissen wir noch nicht, denn das Qualifying lief für uns nicht überragend. Plätze 12 und 14 konnten wir erfahren. Aber mal gucken, das ist doch keine Strategie. Was ist das? Und was ist das? Okay, das hier scheint eine schnelle Strategie zu sein. Aber was ist denn? Mal das ja einfach mal gescheit machen. Ungefähr so. Wäre das nicht irgendwie was? Das ist angeblich genauso schnell wie das hier, aber das sieht scheiße aus. Ja, dann fahren wir das so natürlich. Wie sieht das hier aus? Ja, dann nehmen wir natürlich auch diese Strategie, aber wechseln wir das Ganze hier natürlich ein bisschen rum. Ja, ist ja interessant. 1,30,18. Und was fährst du hier mit der Strategie? 1,30,20. Okay. Irgendwie scheint Pippe mit den Reifen besser klar zu kommen. Obwohl die Jungs ja immer 100% Reifen-Mischungen fahren. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber so machen wir das auf jeden Fall. Wir werden am Anfang hier so ein bisschen die erste Runde oder sowas in Angriff gehen, damit wir nicht komplett abgehängt werden. Ja, jetzt ist das Selbstvertrauen hier auch hoch. Nicht so wie beim letzten Mal bei den Jungs. Keine Ahnung, was da los war. Und dann wollen wir hier natürlich ein möglichst gutes Ergebnis bekommen. Die Teams führen gerade die letzten Checks durch. Nicht mehr lange bis zum Start dieses Rennens. Dieser Mann ist gerade in aller Munde. Nico Hülkenberg. Es wird ein schwieriges Rennen für ihn, gar keine Frage. P22 und ein starkes Feld, das er nicht einfach überholen kann. Aber jetzt ist es soweit. Gleich steht der Rennstart an. Und los geht's mit dem großen Preis von Ungarn. Das Startsignal erlischt. Und los geht's. Ich habe natürlich gar nicht noch mal aufs Wetter geguckt. Ja, aber es bleibt wie erwartet trocken. Wunderbar. Ja, wir sehen hier vorne ganz viel Softs. Ja, wir sehen echt ganz viele Teams auf Softs hier. Hier vorne an der Spitze wird Medium und Hart gefahren. Zunoda ist auf dem Medium unterwegs. Albin auf dem harten. Ocon auf dem Medium. Oha. Okay, gut. Dann lassen wir uns mal überraschen. So, Oli verliert hier erstmal den Platz gegen Riccardo. Versucht ihn sich zurückzuholen. Schafft das auch. Und so ein Pepe greift da auch Riccardo an. Ja. Haben sie gemacht. Sind da einfach durchgegangen. Okay, gut Job. Sehen wir uns die Wiederholung an. Wir beobachten das Geschehen hier ganz genau. Das ist sicher verlockend. Ja, da hat er einfach schnell herausbeschleunigt. Und das Überholen gelingt. Das war eigentlich der ganze Trick an der Sache. So, Oli greift hier längst schon an. So, wir kleben da noch irgendwie dran. Die Frage ist, können wir die zweite Runde hier durchhalten. Und in DRS-Distanz bleiben. Denn die DRS-Zone, ne, der Messpunkt ist ja hier kurz vor Start-Ziel. Wenn wir da dranbleiben könnten, wäre das super. Auch wenn es da gegen Lance Strollen natürlich nicht einfach ist. Wir bleiben einfach mal kurz im Angriffsmodus. Ne, das müssen wir abbrechen scheinbar. Wir schauen nochmal ein, zwei Kursen. Vielleicht können wir wieder aufholen. Ja, nein. Ich weiß es nicht. Der Tower ist sich da nicht einig. Lance Strollen ist ja jetzt auf Yuki Tsunoda aufgefahren quasi. Und wenn die da ein bisschen bummeln, dann könnte das funktionieren, dass wir DRS bekommen und da erstmal nicht rausfallen. Na, Strollen kämpft da ein bisschen mit Yuki. Vielleicht sind wir am Messpunkt. So, da sind wir dran. So, und jetzt müssen wir alles ein bisschen zurückschrauben. Sonst geht das schief. Let's a bit of lift off. Copy. So, Riccardo, hinter uns müsste eigentlich auch DRS haben. So, und wir müssen jetzt nach vorne auf Tsunoda aufschließen, aber... Wir sehen nicht unbedingt so aus, als wäre es funktionieren würde oder doch. Sind wir dicht genug dran? Wir wollen sehen, was wir tun können. Ich glaube, wir sind nicht dicht genug dran. Ich versuche nochmal, den Akku ein bisschen zu belasten. Ja, aber Yuki ist, glaube ich, zu weit weg, ne? Ja, das wird nichts. So, wir brechen das Ganze ab. So, wir versuchen ja irgendwie so jetzt klar zu kommen. Das Ganze halt über die Renndistanz auszusitzen irgendwie. Also, bekommt Pepe DRS oder nicht? Ah, sieht nicht so aus. Da war er außerhalb. Der DRS-Distanz muss ich da jetzt so ein bisschen hinten anstellen. Hinter Daniel Riccardo wieder. Sehen wir mal, was da passiert ist. Das war jetzt Kurve 1. Kann er sich durchquetschen? Und Daniel Riccardo rückt im Feld nach vorn. Ja, Oli verliert nach vorne massiv Zeit. Na klar, wenn da vor ihm auf Softs gefahren wird. Pepe kann irgendwie auch nicht mithalten da vorne mit der Geschwindigkeit. Auch das ist nicht weiter verwunderlich. Riccardo hat sich jetzt an Bärmin vorbei durchgequetscht. We can get them back. 1.4 behind. All righty. Nice. So, und Oli kann da leider auch nicht bis zum Messpunkt dicht genug dranbleiben, wie es aussieht. Das ist schade. Pepe ist auch nicht dicht genug an Oli dran. Und Alvin hält sich da so ein bisschen geschickt hinter ihm noch. Um jetzt gleich auf der Geraden vorbeiziehen zu können. Na gut, da können wir erstmal nicht viel machen im Moment. Ja. Alvin, ne, der war hier schon am Anfang der Strecke neben ihm. Am Anfang der DRS-Strecke. Geht dann hier einfach, oh, innen auch noch. Armpete vorbei. Das sah nach einem guten Manöver aus. Er geht auch gleich an Bärmin vorbei. Ja, auf seinen harten Reifen deutlich schneller unterwegs. We're making progress. So, aber Oli ist noch nicht mehr dran. Ach, der Tower, ne, der ist so, ja, wankelmütig, sag ich mal so. Sergeant, Logan Sergeant jetzt an Marty vorbei, auch mit DRS, denke ich. Na gut, gegen die Jungs auf den Softs müssen wir es jetzt irgendwie langfristig aussitzen. Dass sie jetzt vorbeigehen, ist nicht weiter verwunderlich. Aber wir könnten ja wenigstens mal ein bisschen dranbleiben für DRS. So wie Pepe das jetzt macht, geht er auch an Logan Sergeant zurück. Vorbei, wunderbar. Da ist die Wiederholung. Da sind wir also, vor Kurve 1. Er beschließt es zu versuchen. Ja, auf der Startzielgeraden geht er vorbei und dann bekommt er gleich nochmal DRS. Er kann sich da ein kleines Stück zumindest absetzen. So, Bottas ist jetzt hinter Pepe. Und Oli verliert weiter auf Alex Albern. Oh, Pepe ist da glaube ich gerade Bottas entkommen. Das sieht gut aus. Ocon schiebt sich da an Bottas vorbei. Ja, man kann auch direkt auf Pepe aufholen. Aber auch nicht genug, wie es aussieht. Ja, ich glaube Pepe fährt davon. Er kommt aber auch nicht dichter an Oli ran. Der wiederum aber den Abstand zu Alex Albern einigermaßen konstant halten kann. So, Runde 21 und 22 ist der Boxenstopp geplant. Hürgenberg hat einen technischen Fehler, natürlich. Der ist ja eh schon von ganz hinten gestartet. Hat sich auf den 19. vorgefahren. So, Bottas war schon in der Box, haben wir gesehen. Oh, Oli Behrmann holt wieder auf Alex Albern auf. Logan Sargent in der Box, Joe in der Box. Die Jungs auf den Softs gehen jetzt scheinbar langsam alle in die Box. Alex Albern ist da an Danny Ricardo ran. Deswegen verliert Oli Behrmann da wieder auf ihn. Das ist schade. Ja, die Lücke auch zwischen unseren Jungs wird da immer größer. Wir fahren jetzt erstmal aufgrund der langsameren Reifen hinterher. Aber wir sehen, ne, die Softs. Boah, einige haben die aber ganz schön gut geschont. Ergeben langsam nach. Deswegen sind jetzt gerade hinter uns immer mehr Fahrer in der Box schon gewesen. So, Hamilton war jetzt auch in der Box. Da konnten sich unsere beiden Jungs an ihm vorbeidrücken. Was für Reifen ist Hamilton jetzt unterwegs auf harten Reifen? Okay. So, Oli holt jetzt langsam auf Riccardo auf und wir haben eine rote Flagge. Oh, da musste ich mal auf die Strategie gucken gerade. Boah, wie macht man das? Wir könnten auf Softs fahren und dann alles ein bisschen weiter nach hinten. Verlegen. Macht uns das schneller. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Strategie denke ich mal Wenn wir jetzt eine rote Flagge haben Dann können wir jetzt eine rote Flagge haben So, wie sieht es hier aus? Kann ich da noch ein bisschen was optimieren Ein bisschen So, dann gibt es gleich den Neustart Weil Magnussen da einen von den Kicksauberpiloten rausgeschossen hat So, und jetzt müsste ich eigentlich Ins Strategiemenü kommen, ne? Um mir nochmal alles angucken zu können Ich kann halt hier mit der Strategie nichts Bearbeiten Bald wird neu gestartet Das Rennen geht weiter Das Startsignal erlischt Und los geht's So, dann gehen wir gleich nochmal in Strategieansicht Schauen uns das Ganze ein bisschen an So, dann gehen wir gleich mal in Musik So und dann dürfen die Jungs hier jetzt wirklich ein bisschen Gas geben. Auf geht's. So und die holt sich da auf jeden Fall gleich eine Position. Brandlossner hat eine Zeitstrafe bekommen. Der ist hinter uns, das ist uns eigentlich relativ Latte. Interessanter wäre es natürlich gewesen, wenn der Unfall vor uns sich ereignet hätte. So und jetzt sind wir hier auf jeden Fall am Drücker. Sind jetzt ein paar der wenigen, die hier Softs haben. Und die hoffentlich auch wieder in dieser Startphase nutzen können. Ah, was da passiert. Oh ja. Ganz genau. Da macht sich eine Lücke auf. Und das Überholen gelingt. Ja, wunderschön. Olli versucht ja auch irgendwie an Zynoda vorbeizukommen gerade. So, da sind wir noch fast voll. Was den Akku betrifft. Können wir also locker noch eine Runde durchhalten. Und dann vielleicht wenigstens ein gutes Ergebnis einfahren, wenn es schon nicht für die Punkte reicht. Alex Albin wäre derzeit in den Punkten. Das gefällt mir nicht so richtig, muss ich sagen. Auf was für Reifen ist ein Albin unterwegs. Auf Softs auch. Ja, da ist er jetzt vielleicht auf einer ähnlichen Strategie wie wir unterwegs. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Reifen und Akku wahrscheinlich auch schon. Und ich will auch nicht, dass der Motor zu heiß wird. Wir müssen beginnen, um diese Reifen zu retten. Ich glaube, den Akku hätten wir noch benutzen können. Aber wir schauen mal, ob wir auch so an Zynoda dranbleiben können. Und Hamilton hinter uns lassen. Aber das wird schwierig, ne? Ne, wir benutzen hier nochmal ein bisschen Akku. Wenigstens das. Um irgendwie an Yuki dran zu bleiben. Und da jetzt abreißen zu lassen, wäre echt schade. Yuki hat nämlich im Moment kein DRS. Ne, Hamilton hinter uns können wir nicht aufhalten. Aber wenn der da für Alex Albin aus dem Top Ten raus drängt, reicht mir das ja. Ah, es gab kein DRS. So ein Mist. Es hat nicht gereicht. So, aber Pepe soll auch nicht unbedingt an uns vorbei. Na, es reicht schon, wenn jetzt Hamilton an uns vorbeizieht. Der lässt sich allerdings noch ein bisschen bitten. Ja, ich schätze mal gleich auf der DRS Strecke wird er vorbeifahren. So, da kommt erstmal Pepe angerauscht. Der Mercedes von Hamilton hat jetzt noch nicht so sehr überzeugt. Ja, gut. So, Oli müsste jetzt eigentlich wieder auf Pepe aufholen können. Er müsste schneller sein auf die Runde auf jeden Fall. Selbstvertrauen ist ganz gut, weil er da gegen Hamilton verteidigt noch. Bei Pepe das ist aber auch gut. Ne, Oli schafft es da nicht ran. Tja, da wird Oli wahrscheinlich echt gleich von Hamilton überholt werden. Oh, wie hat er das denn jetzt bitte nicht geschafft? So, Riccardo wäre da am besten, am liebsten auch gleich mit durchgerutscht. Aber das konnte Oli zumindest verhindern. Ja, vielleicht kann Hamilton unsere Jungs ein bisschen mit nach vorne ziehen. Aber Oli lässt sich da schon wieder abhängen, oder was? Was ist denn da los? Der müsste es doch eigentlich schaffen, da mal langsam zur Pepe aufzuschließen. So, Riccardo macht da von hinten auf jeden Fall Druck. So, Oli ist dran. Kann er damit was anfangen, ist jetzt die Frage. Ja, war bitte. So, Hamilton ist jetzt an Pepe vorbeigegangen. Oli klebt an Pepe dran, will er auch jetzt innen durch. Schafft es aber nicht. Wir sind jetzt hier bei Lewis Hamilton. Dauer ist die Lücke. Und Lewis bedankt sich ganz arg. Och, da war aber richtig deutlich viel schneller. Und sucht er auch gleich das weiter. So, Alvin ist schon auf der neuen inzwischen an Russell vorbei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir sogar ganz und gar nicht. So, Ollis Akku ist da am Anschlag. Den können wir erstmal nicht benutzen. Er schafft es trotzdem nicht an Pepe vorbei. Jetzt hat er es geschafft. Wunderbar. Und Pepe verteidigt da gegen Riccardo. Alvin wieder auf die 10 gerutscht. Russell wieder an ihm vorbei. Und hat ihn da auch deutlich abgehängt gleich. So, dann ist da unser Boxenstopp fertig. Runde 31. Und Runde 31. Ja, okay. Aber wie es aussieht, könnten wir nochmal ein bisschen angreifen. Gelbe Flagge. Virtual Safety Car. Ach, das ist ja jetzt, ähm, Gasly wurde da mit verwickelt vielleicht. Ja, Gasly hatte einen Unfall. Aber niemand anderes war darin verwickelt. Es hilft uns also schon wieder gar nicht. So, Gasly ist raus. Ja, das hilft uns wie gesagt gar nicht. Schade. So, wir sind im Zeitfenster für den Boxenstopp. Eigentlich wollten wir hier nochmal ein bisschen Power machen. Denn wir haben noch richtig gut Belag auf den Reifen eigentlich. VSC Ending. So, dann dürfen die Jungs jetzt. Jetzt nochmal Gas geben. Ein, zwei Runden. Um da Riccardo vielleicht ein bisschen abzuhängen. Erstmal hängt Olli aber nur Paper ab. So, Logan Sargent blockiert da. Ja, Alvin ist tatsächlich auf die Elf gerutscht. Das sehe ich gern. Und das da war der Williams Fahrer. Bisher fehlerfrei. Und der Wagen blockiert einfach. Einfach nicht in der Lage den Wagen hier zu kontrollieren. Ja, das sieht gut aus. Von den Reifen her. Da fahren wir gleich rein. So, und Pepe fährt dann nächste Runde rein. Box, Box. Box, Box. Copy, Box. Nee, der kann hier aber noch... Der hat noch Akku. Also er hängt jetzt im Moment nicht Riccardo ab, aber... Aber kann er auch nicht alles haben. So, jetzt hat Pepper aber scheinbar Daniel Ricciardo abgehängt. Und da ist immer noch ein bisschen Reserve drin. So, und da hoffen wir, dass Oli jetzt einen hervorragenden Boxenstopp bekommt. So, Sainz und Stroll sind auch gerade in der Box. Nicht, dass sie jetzt unsere direkten Konkurrenten hier im Rennen wären. Aber Ocon ist in der Box. Ja, da hinten hat man ihn einfahren sehen. So, wie weit hinten ist Oli denn? Ja, Pepe ist jetzt hinter Stroll. Das bringt ihm natürlich nichts. Oli hat da richtig viel Platz nach vorne. Super. So, Oli wird erstmal die Reifen warm fahren ein bisschen. Während die Reifen bei Pepe schon ein bisschen zu warm sind. Auch sein Motor ist schon ziemlich warm. Es liegt aber auch ein bisschen am warmen Wetter. So, Alex Albon ist gerade in der Box. Perez auch. Ja, Albon fährt sogar vor uns noch raus. So, und Pepe kommt hier irgendwie ein paar Sekündchen hinter Oli raus, der aber nur vier Sekunden hinter Logan Sargent ist. Und der klebt da einen Alex Albon, der wiederum einen Bottas klebt. Da müssen wir gerade auf die Reifen schauen. Ja, Albon auf Mediums unterwegs. Okay, gut. Der will also jetzt lieber schnell fahren. Mal sehen. Vielleicht kann Oli da ein bisschen aufschließen. Ah, nee, er verliert da eher, denke ich. 1-5-1. Ah, vielleicht klappt es doch. Ja, da ist ja zumindest ein Logan Sargent dran. Da müssen wir mal gucken, wer da gleich DRS bekommt. Na, Albon ist schon ein ganzes Stück weiter inzwischen wieder. Na, Daniel Ricciardo ist gerade in der Box. Oh, der sieht gut aus. Nein, zieh doch durch. Okay, zu dritt nebeneinander muss auch nicht sein. Sehe ich ein. Ah, das hätte schon ein bisschen besser laufen können. Na gut, dann wird derzeit ein bisschen Windschatten gefahren. Gelbe Flagge. Wer hat da Quatsch gemacht? Bottas vor uns vielleicht. Ne, Höckenberg. Was ist denn bei Nico Höckenberg immer los? So, Oli da irgendwie am Bottas vorbei, aber Logan Sargent ist halt auch weg. Und so gibt es natürlich auch kein DRS. Marty hat aber Bottas mit DRS überholt. Klebt er dadurch jetzt vielleicht sogar wieder an Oli dran? Und das Überholen gelingt. Na, hier bekommt er nochmal DRS. Ne, er ist noch ein bisschen weit von Oli weg, aber Oli klebt jetzt wirklich an Logan Sargent. Wird er jetzt hoffentlich mit DRS vorbeigehen, denn vor Sargent ist ja niemand. Fast 8 Sekunden Abstand auf Alex Albern. So, wunderbar. Wir sollten jetzt einen Blick drauf werfen können. Das ist sicher verlockend. Ja, das sah easy aus tatsächlich. Auch das Rausbeschleunigen deutlich kräftiger. So, 7,5 Sekunden Rückstand auf Alex Albern. Mal sehen, ob wir das aufholen können. Der fährt da nämlich alleine rum. Und ich glaube, wir kommen dichter. Hat er seine Reifen schon zu Schrott gefahren? Oder schont er die extrem? Ich glaube, er muss seine Reifen extrem schonen. So, Marty an Logan Sargent vorbei. Hinter ihm kommt da, weiß nicht wer ist es, Daniel Riccardo vielleicht? Sah gut aus. Ja, Riccardo ist jetzt direkt hinter Pepe. Olli hält seinen Abstand zu Alex Albern im Moment nur. Ja, jetzt ist er ein bisschen dichter rangekommen. Riccardo an Marty vorbei. Ja, okay, der ist auch auf Softs unterwegs. Dem haben wir im Moment nicht viel entgegenzusetzen. Und deswegen kommt Daniel Riccardo auch immer dichter an Olli Bearman ran. So, zu Noda in der Box. Den haben wir überholt. Und zu Noda ist jetzt auf, noch sehen wir noch nicht, auf harten Reifen unterwegs. Alonso wäre auf der 10. Na, ich glaube, Olli kommt da immer dichter an Albern ran. Und wie dicht ist ein Riccardo dran? 1,5. Ja. Dann benutzen wir noch mal ein bisschen Akku. So, sind damit durch jetzt auf vier Sekunden an Alex Albern dran. Da hinten kommen schon die ersten hier in Norris vor den beiden Ferraris unterwegs im Moment. Ich befürchte, die werden wir nicht mehr bis zu unserem Boxenstopp hinhalten können. Egal, was wir hier versuchen. So, Olli auf drei Sekunden an Alex Albern dran. Der hat allerdings auf Hamilton irgendwie aufgeschlossen. Der war wahrscheinlich gerade in der Box. Ich habe es nicht gesehen. Ist aber auf dem 10. Alonso deutlich weiter weg. Und Hamilton ist auf frischen Mediums unterwegs jetzt. So, von hinten sind jetzt die ersten an Pepe dran. Ja, er muss sie jetzt vorbeilassen, Leclerc inzwischen vor Norris. Er kann sich da auch nicht mitziehen lassen. Und Olli kommt ein bisschen dichter immer an Albern noch an. Aber er muss halt hier auch gleich wieder die ersten durchlassen. Er kann da nicht mal vom DRS dann profitieren scheinbar. So, jetzt muss er hier Leclerc durchlassen. Aber bekommen wir jetzt vielleicht doch DRS? Ne, nix ist. Sunoda hat einen technischen Fehler. Auch das nützt uns glaube ich nicht viel. So, jetzt ist Lendo hier gleich an Olli vorbei. Er macht es natürlich erst hinterm DRS-Messpunkt. 2,9 Sekunden Rückstand auf Alex Albern, der jetzt gleich ausgebremst wird. Da vorne ist er, 1,5 Sekunden. Ich will jetzt nicht in die Box, ich bin gerade an ihm dran. Aber Albern muss auch nochmal in die Box. Kommt er dann nochmal auf Softs oder sowas raus? Möglich wäre es, ne? So, wir sind 3,4 Sekunden auseinander. Und da sage ich einfach mal, wir nehmen hier Double Stacking. Ja, das ist eigentlich ein bisschen zu klein der Abstand, aber wir machen es trotzdem. Oh, das war gut, Albern fährt nämlich auch in die Box. Aber die Williams sind deutlich schneller bei den Boxen-Stops, als wir... Na, mal sehen, wie viel wir jetzt verlieren auf ihn in der Box. Das wäre toll, wenn er da Probleme hätte beim Boxen-Stopp und wir sehr gut durchkommen. 2,653, ja, wir sind ganz knapp hinter ihm. Pepe 2,705. So, Albern versucht da erstmal abzuhauen. Ach, auf was für Reifen ist denn der rausgekommen? Ja, auf Softs. Okay, dann kriegen wir den nicht mehr eingeholt, befürchte ich. Wenn er jetzt nicht noch verunfallt. So, wie sieht es denn vor uns überhaupt mit den Reifen aus? Die könnten alle durchfahren, ne? Stroll muss auf jeden Fall nochmal in die Box, aber der ist so weit weg, das bringt nichts. Die Mediums hier, die halten wahrscheinlich durch, die halten vielleicht nicht gut durch, sodass wir die Mercedes nochmal angreifen können. Aber es bringt uns alles nichts, wenn Albern hier schneller als wir unterwegs ist. Ja, das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen geduldig ausspielen. Großartig, eine andere Wahl haben wir leider nicht. Unfall mit mehreren Autos, wen hat's denn erwischt? So, watch the debut. Oh! Das war ein Unfall vorne. Aber ein kleiner. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie es dem Aston geht, aber... Aparez durfte nicht so viel passiert sein. Ich schätze mal, der Aston ist da ein bisschen in den Reihen gerutscht. Der hat zu weit in der Kurve nach außen getragen. Wo war das ganze Rennen? Hier. Ja, Alonso und Perez durften das gewesen sein. Schaden bei Perez. Und Renn und Fall, ja, Renn und Fall. So, Oli ist vier Sekunden hinter Albern. Bekommt er jetzt aber DRS hier? Das wäre super. Ja, er bekommt DRS von Piastri. Kann sich da vielleicht zusammen mit Piastri nochmal nach vorne arbeiten ein bisschen. Ah, da muss er schon Platz für Science machen. nochmal eine gelbe Flagge zu Noda blockiert in Kurve 14. Hier ist Yuki Tsunoda mit von der Partie. Hier ist alles in Ordnung. Oh, und der Wagen blockiert. Und hoffentlich ist der Schaden an den Reifen nicht allzu groß. So, unsere Reifenabnutzung sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wir können hier nicht Vollgas geben. Schade. Ja, Alvin fährt immer weiter weg. Aber er muss auch gleich noch zwei vorbeilassen. Piastri und Science nämlich. Während Oli da auf Yuki Tsunoda aufschließt. Und vielleicht jetzt von ihm der DRS bekommt. Ja, das sieht gut aus. Aber wir müssen hier mal ein bisschen drauf achten. So, das Pepe da hinten treibt es eigentlich relativ wurscht. Das war jetzt Kurve 1. Kann er sich durchquetschen? Und damit drückt er jetzt auf Platz 13 vor. So, dann kommen wir vielleicht ein bisschen dichter an Alex Alvin ran. 2,7 Sekunden Abstand. Und er hat schon die beiden überrundenden Fahrer durchgelassen. Ja, wir schließen die Lücke sehr, sehr langsam. Seine Reifen sind nicht mal die besten, aber noch gut. Und jetzt klebt Alvin da ein Piastri dran, oder was? Wo kommt er jetzt DRS? Ah, das wäre blöd. Oli ist nämlich fast da. Oli ist nämlich fast da. Ja, da ist er. Oli jetzt an Alex Alvin dran. Wunderbar, außenrum und dann mit DRS wegbeschleunigen. Dankeschön. Das ist gut. Ja, auf Platz 11 kommen wir vielleicht noch, aber davor ist eine 40 Sekunden Lücke. Also dafür ist unser Wagen dann doch noch nicht schnell genug. Um das wieder aufholen zu können. An Riccardo kommen wir vielleicht noch ran. Aber wir müssen uns auch mal Gedanken um ein bisschen Kraftstoff sparen machen. Aber nicht solange Alvin jetzt noch so dicht hinter uns ist. Ja, was ist denn hier los? Da sind wir ja schon direkt dran an Riccardo. Und wenn wir da vorbeikommen würden jetzt, das wäre Premium, aber funktioniert noch nicht. Ne, funktioniert noch nicht. So, dann werden wir diese Runde ein bisschen Kraftstoff sparen. Kommen wir trotzdem vorbei. Beinahe. So, wir sind noch dran, kein Problem. Nein, kein Problem. Nein, kein Problem. Wir brauchen noch keinen Kraftstoffstoff. Nein, kein Problem. Ja, doch, ein bisschen müssen wir gleich noch sparen. Aber wir versuchen ja erstmal mit DRS ranzukommen, vielleicht sogar vorbei. 5 Minuten zu gehen. Koffe. So, Pepe hängt jetzt auch hinter zu Noda. Wunderbar. 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 So, Pepe an zu Noda vorbei. Wunderbar. Da ist die Wiederholung. Gut, wir sind an Kurve 5. Er beschließt es zu versuchen. Und da ist er auf Platz 14. Ja, das ist ja seine Startplatzierung gewesen. Olli auch wieder auf der Startplatzierung. Hat auch keine Kraftstoffprobleme mehr. Ist sie jetzt an Riccardo vorbeigegangen. Wir können uns das jetzt mal anschauen. Da sind wir also vor Kurve 1. Das muss er jetzt durchziehen. Und das überholen gelingt. Ja, 40 Sekunden in drei Runden auf Russell. Ich denke, das wird nichts mehr. Wenn jetzt vorne jemand sterben würde, wäre das optimal. Aber ich befürchte, bei einer den Gefallen werden sie uns nicht tun. Letzte Runde. Unsere Jungs hängen im Niemandsland. Ja, Russell ist ganz hier vorne schon. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Sieh einer an. Leclerc holt den ersten Platz. Was für eine Leistung. Manchmal hält man die herausragenden Fahrerleistungen ja für selbstverständlich. Aber heute. Ja, also um aus eigener Kraft in den Top Ten zu kommen, fehlt uns noch ein ganzes Stück. Wir sehen es. Die zweite Hälfte des Feldes können wir ja nicht dominieren. Aber da können wir vorne mitfahren auf jeden Fall. Verstattende auf den vierten. Ja, aber solange vorne niemand ausfällt, wird es schwierig in die Top Ten zu kommen. Aber zumindest waren wir wieder schneller als die Williams unterwegs. Das ist ein P11 für uns. Ich habe wirklich gefühlt es. Danke. Great job. Mode end. Okay, das ist Checkered Flag. Ja, schade. Es hat nicht für Punkte gereicht. Aber Oli hat den Platz gut gemacht. Der Vorstand wird wieder glücklich sein. Das ist ein wunderbarer Moment für Charles Leclerc. So ein schönes Ergebnis. Was für ein großartiges Rennen für das Team. Sie haben einfach alles richtig gemacht. Natürlich auch der Fahrer. Pure Ekstase hier. Der Fahrer feiert mit dem Team, das so hart für diesen Moment gearbeitet hat. Charles Leclerc betritt das Podium. Der Fahrer aus Monaco hat sich den Platz unter dem Top 3 wirklich verdient. Das sind bereits vier großartige Siege. Und es war eine Freude bei diesem Rennen zuzusehen. Und was die drei angeht, die haben in Budapest bestimmt Lust auf mehr bekommen. Was denkst du, welches Gefühl in der Garage des Teams jetzt vorherrschen wird? Heute gab es von allem etwas. Einige Dinge liefen gut, andere wiederum nicht. Ich denke, ihr Hauptziel wird es jetzt sein, eine gewisse Beständigkeit zu finden. Und das beschreibt das Ende unserer Zeit hier in Ungarn. Beim nächsten Mal werden die Teams der Legende von Spa-Francorchamps ein weiteres Kapitel hinzufügen. Beim großen Preis von Berlin. Also ganz vorne Leclerc vor Norris und Sainz. Dann auf Platz vier erst Verstappen. Norris hat es wieder sehr gut gemacht. Drei Plätze nach vorne. Stroll auch drei Plätze nach vorne. Perez ein bisschen geschwächelt. Drei Plätze nach hinten. Oli einen Platz nach vorne. Pepa hat seinen Platz immerhin gehalten. Elgasli, Magnussen und Joe alle drei raus. Verstappen führt jetzt noch knapp vor Lando Norris. Der ist noch drei Punkte hinter ihm. Konnte sechs Punkte aufholen in diesem Rennen. Lando konnte sogar 14 Punkte auf Max aufholen. Charles Leclerc meine ich natürlich. Konnte 14 Punkte auf Max aufholen. Ist jetzt allerdings auch noch 14 Punkte hinter ihm. und ist jetzt punktgleich mit Carlos Sainz hier unterwegs. Unsere Jungs sind immer noch auf 14 und 16. Oli mit einem Punkt genauso wie Alex Albern. Und in der Konstruktorswertung sehen wir die McLaren's haben es geschafft die Red Bulls zu überholen. Sind jetzt ein Punkt vor den Red Bulls mit 372 Punkten. Aber damit immer noch jetzt muss ich rechnen 92 Punkte hinter Ferrari. Ja und wir sind auf Platz sieben geklettert jetzt. Weil wir wahrscheinlich die besseren Bewertungen, die bessere Platzierungssumme nenne ich es einfach mal hatten. Den besseren Platzierungsdurchschnitt. Da wird der Vorstand aber hoffentlich jetzt happy sein. Achso, habe ich da schon alles angeschaut. Konstrukteure. Ja, passt. Okay, gut, wunderbar. Pitstops. Ja, wir sehen. Die Williams Jungs hier bei knappen 2,5. Und wir waren ja dann nicht mal in der Nähe auf jeden Fall. Wir tauchen hier auch gar nicht auf in der Tabelle. Ja, 2,7, 2,65. Hier mal eine 2,9 bei Marty im ersten Pitstop. Und ja, das hier war glaube ich der gesteckte Pitstop. Und in Runde 52 dann eine 2,70. Also ja, wir sind so irgendwo zwischen 2,6 und 2,7 im Moment. Das lässt sich so glaube ich ganz gut festhalten. Wir haben eine Million bekommen, weil die Jungs einfach toll waren. So, unser Aufhängungsentwurf ist fertig, Seitenkästenentwurf ist fertig. Da können wir da also mit der Konstruktion beim nächsten Mal beginnen. Saisonziel erfüllt jetzt endlich mal eine Vorstandsüberprüfung zur Saison Mitte. Das ist gut, dass wir das jetzt gerade erfüllt haben. Am langfristigen Ziel waren wir natürlich noch nicht dran. Vorstandsvertrauen ist trotzdem noch niedrig. Und deswegen bekommen wir auch kein Geld, keine Prämie für uns. Das ist schade. Ja, es ist trotzdem noch niedrig. Hier ist das zwar erfüllt, aber die sind sogar begeistert von dem Rennergebnis. Aber mehrheitlich doch noch enttäuschender, aber es ist halt ein ganz deutlicher Trend nach oben zu sehen. Das ist gut, das Vertrauen ist trotzdem noch niedrig. Obwohl wir bei den Zielen jetzt dran sind, bei den Finanzen arbeiten wir immer sehr solide. Und die Rennleistung geht auch nach oben. Also da könnte der Vorstand jetzt doch mal ein bisschen Vertrauen fassen, finde ich. Aber was soll's. Für heute war es das auf jeden Fall. Beim nächsten Mal gibt es dann Spa. Das ist eine Woche dazwischen, ganz genau. Und danach haben wir eine Pause und treten dann nach der Pause mit neun Teilen an. Nämlich einem neuen Fahrwerk, neuen Seitenkästen und hoffentlich auch einem neuen Chassis. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.